Es ist wieder Gansl-Zeit! Hey, wir sind Travelicious Bytes! Wir haben uns im Landhaus Pahndorf ein Gansl, so wie eine Ente gegönnt. Beides kommt mit Rotkraut und Knödel und dazu gab es noch einen jungen Wein. Es kommen ausschließlich Gänse mit dem Zertifikate für Pfoten auf den Tisch. Die Gänse wiegen ca. 4,2 Kilo, demnach sind die Portionen mehr als ausreichend. Neben den Gansl-Gerichten bekommt ihr im Landhaus traditionelle österreichische Küche und man kann sogar ab 8 Uhr frühstücken. Zum Abschluss gab es noch ein Café-Tschi und Sammlauer-Knockerl und wir haben das Landhaus satt und happy verlassen. Spread the love and follow us for positive vibes!